Also es stehen ja eine Menge feiner Geräte hier in den Boxen im Brünn, aber eine ist feiner als alle anderen, nämlich die BMW von Herbert Pölzleitner. Was haben wir hier? Das ist eine BR12, das ist ein Production Racer von BMW, gibt es eine Kleinserie und die haben halt einen kleinen Luxus gekauft, das kaufe ich mir und ja, ist ganz klasse, sehr auf Eigengewicht gebaut, haben wir 157 Kilo und Leistung 200 PS am Rad und ja, lässt sich super gut fahren. Jetzt bei dem Wort Production Racer, da versinkt immer jeder in Ehrfurcht, aber was ist das genau, ist das ein Superbike Basisabwerk? Nein, nicht direkt, also das ist ein originaler BMW Rahmen und die Schwänge, das ist alles original und ja, dann ist halt ein Gasdruckkabel drin und eigentlich normale Bremsen und der Motor ist ein Superbike Motor von BMW, aber gedrosselt vom Werk aus. Und wie kommt man zu sowas? Bestellt man das einfach beim nächsten BMW Händler oder gibt es da irgendwie eine Warteliste oder muss man sich beim Werk selber melden? Nein, das nicht, nein. Das ist der Nützl damals, das ist ein Tuner von München, ja, der hat eine Kooperation mit BMW und der baut die Teile dann so zusammen, ja, im Prinzip, ja, aber die Hauptkomponenten kommen alle von BMW, Elektronik, Motor, Fahrgestell und die Schwinger, ja, und das sind ausgesuchte Sachen, also mit möglichst wenig Toleranz, sage ich jetzt einmal, ja. 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 Du hast ja noch ein zweites Modell, das schaut ziemlich ähnlich aus aber hat nicht ganz diese Top-Komponenten, was ist das genau? Das ist eine ganz normale HP4, nur wollte ich mit diesem elektronischen Fahrwerk eigentlich nicht fahren und haben das einfach ausgebaut und haben da ganz normale Ferienkabel verbaut und Federbein hinten ein besseres und fertig aus, also das ist alles sonst ganz original, aber Aber die Optik, ehrlich gesagt, wollte ich halt wieder mehr auf meinen Teiltremmer. Das schaut jetzt noch sehr unversehrt aus, Gott sei Dank. Wie ist das, wenn es du da stürzt? Gibt es die Teile dann einfach? Sind das ganz normale Ersatzteile oder teilweise Sonderhandfertigungen? Die Teile sind alle verfügbar. Also da haben wir eine Garantie. Einer von drei Tagen ist alles verfügbar. Motor gibt es immer noch auf Reserve. So sollte es sein, sagen wir mal so. Also von deinem her ist es super. Also Service ist gut. Hast du jetzt am Nachmittag noch ein Rennen? Ja, wir fahren jetzt dann in der GP-Class. Ich habe einen zweiten Startplatz. Und naja, schauen wir mal. Wenn wir starten, das habe ich noch nicht so im Griff, wenn ich ehrlich bin. Aber es macht eh Spaß, wenn wir dann ein bisschen matchen können. Und ja, ich freue mich schon drauf. Das Wetter schaut gut aus heute. Und ich glaube, wird es sicher gerade. Dann wünsche ich dir viel Glück und lass sie heilen, bitte. Ja, das hoffe ich auch immer. Ob irgendwann wird es mal passieren, aber dann schauen wir mal. Vielen Dank. Okay, danke. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020